so hallo zu hause es ist ja jetzt so dass ich endlich ein bisschen internet habe also es sollte funktionieren ihr müsst jetzt das video auch genau jetzt daheim wir haben heute sind wir umgezogen von Nagalia Lodge zum white sandy beach in Nagalia Lodge ist es uns allen sehr schwer gefallen ich muss es sagen man ist so richtig in der Familie drin war wirklich schön und jetzt hier ist immer so ein bisschen